Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rocket League Ranked Liga 3, Prospekt Elite mittlerweile nur noch zwei Spiele verloren in der letzten Folge, in dieselben tatsächlich. Hui! Und, äh, ja. Ich würde sagen, schauen wir mal, wie die spielen. Der Setas und... Der Dago's Soit. Ich liebe diesen... mehr oder weniger... miese kleine Hure. Trotzdem macht ihr es nicht, ihr Behinderten. Hiiiiip. Oh. Alles klar. Geil. Pfff. Der versucht zu drübeln, aber kann ich nicht. Nö. Nö. Gweich ein Tor. Lass mal rüberlegen, hat die da nicht hinzukommen? Ja, guck. Soviel zu dem, hat die da nicht hinzukommen. Hallö. Vor allem, wir sollen einfach in der ersten Minute uns beide mal ins Weg machen, ey. Alter, da sprich die Hure. Ich beleide jetzt alles nicht hin als Hure. Na, der geht eh drüber. Bin ich schnell genug? Alter, das sind so solche miese Huren, ne? Alter, die versuchen uns nur wegzumachen, oder nicht? Ne, immer wenn's wichtig ist. Mein Gott, ey. Ich mein, weg mal an. Okay, aber man kann's übertreiben. Taktical Playman und so. Das ist einfach nur Noob. 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 Weil, guck mal, sonst können ja nicht viel. Anwand springt Nö. Tore schießen können sie. Selbst, auch wenn es eigene Tore schießen könnte. Scheißegal, welche Seite. So richtig schön stand ich da und hab gelauert. Und dann seh ich nur. Pum. Hepp. Drin. Ja. Easy. Und hepp. Nix. Äh. Okay. Was? Ich hab keinen Boost. Sonst wäre ich da dran gegangen. Ich fand's sehr interessant, wie der Ball geflogen ist. Oh Gott, ich bin grad nicht da. Schön drüber gespielt. Pass auf, jetzt wirst du wahrscheinlich eh wieder dringend gemacht. Der kommt nämlich schon angedonnert. Wie doch nicht. Verdammt. Keine Körbe. Ja, ich weiß. Mücke. Ah, das steht eh im Tor. Hab ich eh schon gesehen. Wui. Also der Typ ist jetzt grad bei mir im Tor hier. Oh, der war verdammt nice, aber. Viel zu easy. Für mich. Ich als... Feuer frei. Easy. Nicht zu hoch, schade. Ich fand, der snickt sich den auch noch als Parade ab, ey. Nee, nee. Verdiere können, können ich auch. Oder wie war das? Richtig. Ich hatte leider keinen Boost. Man konnte nicht mehr pushen, egal. Komm. Geht durch. Also, weg. Drüber. Wie auch immer. Ich hab... Ich hab ganz halt so ein bisschen nach links geguckt. Weil der Typ, der kam so angelauert. Als würde er mich wieder weg machen wollen. Passt. Naja, gut geholt. So. Da ist doch... Chance genützt. Ja, der darf doch kein Weg machen mehr, Jungs. Richtig. Bam. Ja, ja. Farmer. Sowieso. Sowieso. Oh Gott. Auto-Control. 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 Hab's wieder. Schade. Oh, du hörst er... Klick, 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 klick. Ich hab dich schon extra unterm Tisch. Das ist so vertreten. Funksteak immer. Eh, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wüsste ich doch. Warte, okay. Hm. Kann nicht mit der Schnauze drunter. Hm. Nein, ich kam scheiße auf. Kacke. Da muss ich abbremsen. Warte, sie steht reagiert. Boah, wie so ein Wiesel lag ich da jetzt, ey. Der Ball so einen Meter schnell über mir drüber, ey. Erstmal springen. Schade. GG. Komm, lass den aufticken. Der wird jetzt aufticken. 3, 2, 1, Bam. Gute. Gute. Schön. So. Und noch ein Spiel. Liga 4 sind wir jetzt gerade, ne? Vor mir wird ein leichteres. Nachts ist es doch kälter als draußen, ne? In der Tat. Bäh. 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 Wurde irgendwas geschrieben? Äh. Bin gerade nicht in den. Achso. Jetzt bin ich hier liegen. 2, 1. Risiko. Dank wie Dank. So, lass uns beide nicht anzeigen. Das heißt erstmal chillig gucken wir dieses Spiel. Welche Idiot stunden ein bisschen. Ich nicht. Also, ich nicht. Alles klar. Alles passt auch so. Wunderbarst. Aber so richtig noch nicht mal aus dem Strafraum oder sonst was rausgekommen. Einfach nur direkt weggeschossen den Ball. Scheiße, gar wenn es passt. Richtig. Du hast dich weggeflippt. Ich hab den sogar berührt. Ach, das zählt einfach mal nix. Ja, manchmal fliegst du so und du streifst den Ball mit einem kleinen Hinterrad. Vor ein kleines Hinterrad. Boah, viel zu spick gesprungen. Sorry. Okay, hatten wir beide. Jo. Dann kriegst du einen Volley-Treffer. Wenn du ihn so minimal begrüßt und den Ball einfach kein bisschen Richtungserinnerung erteilst. Oh Gott. Erst war weg. Wenn der direkt erstmal... Scheiße. Ja, aber ich... Gerade im Anfahrmodus war... Ah, nicht so weit. Stress. Na, geht vorbei. Na, Schuss. Drüber. Geht rüber. Und Wächter mir... Das ist ein Schuss. Krieg da nicht durch. Ja, ich... Ich hab mir drauf gewartet, dass der Runa kommt von... von zu drüber. Zu weit drüber. So weit drüber. Na komm, wie spielt ihr denn? Hoch. Alles klar. Hab' immer gehalten. Oh Gott. Ok. Das war die Runa. Ja. Oh Gott. Das war der... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war meine... Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich hab' den nicht. gespielt er stets sagen kürze jahres und durchatmet durch durchatmen auch mit dann wird das nur nur doch die zu glücklich richtig also gut sie stehen können sein von seinem Mann oder von dem Tor die können die Stimmungen wo es will das wird er in der dpa lassen wir an der den sie will ja Okay, das war jetzt irgendwie nicht so schlau. Aber das... Oh, schade. Könnte passen. Warum? Schade. Gib ihm! Hallo! Hallo! Vor allem wie ich da einfach durchstehen geblieben bin am Tor. Guck mal nach rechts, da komm ich auch angezimmert. Oh, du den nicht, Chris. Ja, richtig. Im normalen Spielen hätte ich wahrscheinlich versucht, den abzusnacken, aber so dachte ich mir einfach nur... Nee, den abzusnacken. Oh, schade. Oh, verdammt. Ja, gut, dann mach du's halt, ne? Dann mach ich auch. Siegerlich aufgabe Korin. Ja, muss, ja. Ich warte, ich brauche noch in den Bus. Moment. Voll schön geblockt, weißt du, er hat den Tor geschossen. Also es hilft echt, wenn ich manchmal mitkomme, dass ich dann entweder einen aus der Gefecht setze oder halt nachdrücke. Oder so ne Scheiße mache. Komm, der Ball schneller als ich dachte. Klick, klick, klick. Das ist echt so krass. Manchmal ja. Wenn du so richtig, also wenn du richtig dabei bist, dann hört man das schon. Alles klar. Oh, sorry. Schade. Ja, schade nicht, das Wandel. Okay. Ach ja, alles gut. Ich glaube nicht, dass wir es in 30 Sekunden noch drei Tore kassieren. Ist halt Scotsch. Jetzt siehst du nur 3-1, 3-2, 3-3, 3-4. Verdammt. Ja, wir sind ja nicht Dortmund. Wir sind niemal, ey. Malaka. Aha. Da ist das erste Tor, das ist das. So, woher das ist das? Cool ist cool. Ah, egal. Dann haben sie wins nicht zu Null. Oh, der ist sogar Spanier. Der Javier. Lateral. Javier. Direkt, direkt erstmal alles spanisieren. Lol. Alles klar. Cool ist cool, Junge. Was für cool ist cool, Junge? Ich will keine Tore kassieren. Er ist gesagt, cool ist cool. Miese Hube. Ich weiß gar nicht, was du willst. Hast noch alles. Ah, fuck off, ey. Das war ein Schrecken ein, ja. Und ich, ganz ehrlich, ich wollte auch erst nach links oder rechts fahren. Halt. Naja, ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssalou. Tschüssalou.